Noch immer verwirrt durch dieses Erlebnis, dass ihr wie ein Vorzeichen erschien, sie suche in der falschen Richtung, hätte sie beinahe ihren Abflug annulliert. Doch zögerte sie, die Vorbereitung nahm ihren Lauf, schon flogen sie über Spanien, unter ihnen der Guadalquivir, der Atlantik kam in Sicht und als sie in C landeten, freute sie sich auf die Fahrt ins Landesinnere. Es musste noch grün sein und sie erinnerte sich, als sie vor Jahren diese Fahrt unternommen an eine Dattelpalmallee, durch die ihr Autos mit Skis auf den Dächern vom verschneiten Atlas her entgegengekommen waren. Indessen wurden sie von sie und ihr Team in C gleich bei der Landung auf der Piste von einem Polizeiwagen abgeholt und ohne durch den Zoll zu müssen, samt der Filmausrüstung in einen Militärtransporter gebracht und ins Landesinnere geflogen. In M von vier Motorradpolizisten eskortiert in rasender Fahrt an Kolonnen von Touristen vorbei, von denen sie neugierig betrachtet wurden, in die Stadt gebracht, begleitet von zwei Wagen hinter und vor ihnen eines Fernsehteams, das unaufhörlich filmte und mit der Eskorte im Polizeiministerium angekommen, die F und ihr Filmteam filmte, als sie es dem Polizeichef filmte, der unglaublich dick in weißer Uniform an Göring erinnert, an den Schreibtisch gelehnt erklärte, wie glücklich er sei, der F und ihrem Team trotz der Bedenken seiner Regierung erlauben zu dürfen, auf seiner Verantwortung freilich die Schauplätze des scheußlichen Verbrechens zu übersichtigen und zu filmen. Aber am überglücklichsten sei er, weil die F bei ihrem Versuch, die Untag zu rekonstruieren, auch die Gelegenheit ausnutzen wolle, die untadelige Arbeit seiner Polizei festzuhalten, die aufs modernste Ausgerüstet jedem internationalen Maßstab nicht nur standhalte, sondern ihn auch übertreffe. Ein derart schamloses Ansinnen, das den Verdacht verstärke, den die F seit ihrem Erlebnis im Atelier hegte, sie sei auf falscher Fährte, war doch ihr Unternehmen kaum begonnen sinnlos geworden, weil sie für den Fettwanz, der sich immer wieder den Schweiß mit seinem seidenden Taschentuch von der Stirne wischte, nur eine Gelegenheit darstellte, für sich und die ihm unterstellte Polizei Propaganda zu machen. Aber einmal in die Falle gegangen, sah sie vorerst keine Möglichkeit zu entkommen, denn nicht nur die Polizei nahm sie und ihr Team gefangen, indem sie zu einem Jeep geführt wurden, dessen Fahrer, ein Polizist mit Turban im Gegensatz zu den anderen weiß behemmten Polizisten, die F mit einer Handbewegung anwies, sich neben ihn zu setzen, während der Kameramann und der Tonmeister hinter ihr Platz nehmen und der Assistent mit den Geräten einen zweiten Jeep besteigen mussten, dessen Fahrer ein Schwarzer war, auch das Fernsehen folgte ihnen, als sie sich der Wüste nährten, zum Ärger der F, die es vorgezogen hätte, vorerst Erkundigungen einzuziehen, sich aber nicht zu verständigen vermochte, weil, sei es aus Absicht oder aus Nachlässigkeit, kein Dolmetscher zugegen war und die sie mehr herumkommandierenden als begleitenden Polizisten nicht französisch verstanden, was man doch in diesem Lande hätte voraussetzen können, aber auch, weil die Fernsehteams aus der Rufweite in die Steinwüste hineintreschten, seitwärts von F's Jeep, wie denn auch die Wagenkolonne jede Ordnung verlor, so sehr, dass die anderen Wagen samt des Jeeps mit dem Assistenten und den Geräten sich in die Weiten, die in der Sonne kochten, zu zerstreuen schienen, so wie es jedem Fahrer einfiel, je nach Laune, sogar die vier Motorrad-Polizisten, die ihre Eskorte bildeten, lösten sich vom Jeep, in welchem sie saßen, brausten davon, hetzten einander, knatterten zurück, schlugen weite Bogen, in der es die Fernsehteams im Horizont zuschossen und plötzlich nicht mehr sichtbar waren. Dafür begann ihr Jeepfahrer unverständliche Laute ausstoßend einem Schakal nachzujagen, kurfte ihm nach, der Schakal rannte und rannte, schlug Haken, rannte in andere Richtung weiter, der Jeep ihm nach, einige Male drohte umzustürzen, dann ratterten wieder die Motorradfahrer ran, schrien, machten Zeichen, die sie, an ihre Sitze geklammert, nicht begriffen, bis sie plötzlich in die Sandwüste gerieten, offenbar allein, ohne ein anderes Fahrzeug zu sichten, sogar die vier Motorradfahrer waren verschwunden, dermaßen fegten sie mit ihrem Jeep über eine asphaltierte Straße, wobei rätselhaft blieb, wie es ihrem Fahrer, der den Schakal nicht hatte überfahren können, möglich gewesen war, diese zu finden. War doch die Straße teilweise mit Sand bedeckt, wobei sich zu beiden Seiten die Sanddünen häuften, wodurch es der F schien, sie pflügten durch ein von Sandwellen aufgepeitschtes Meer, über das die Sonne immer längere Schatten war, doch unvermittelt tauchte vor ihnen die Al-Hakim-Ruine auf, die in einer Mulde lag, in die sie unvermutet hinunterrasten, dem Monument entgegen, das die Sonne verdunkel, schwarz vor ihr aus dem Gewimmel von Polizisten und Fernsehleuten aufwuchs, die sich schon vor ihm versammelt hatten, vor einem rätselhaften Zeugen einer unvorstellbar alten Zeit, den man um die Jahrhundertwende gefunden hatte, ein riesiges, durch den Sand spiegelglatt geschliffenes, steinernes Quadrat, das sich als die Oberfläche eines Kubus herausstellte, der, als man weitergeruht, immer gewaltigere Dimensionen annahm. Doch als man ihn gänzlich freilegen wollte, hatten sich Heilige einer schiitischen Sekte, zerlumpte, ausgemergelte Gestalten eingefunden, die sich an einer der Kubusseiten niederkauerten, in schwarzem Entegehüll auf den wahnsinnigen Kalifen Al-Hakim warten, der nach ihrem Glauben im Inneren des Kubus lauerte und jeden Monat, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde hervorbrechen konnte, seine Weltherrschaft zu übernehmen. Schwarzen Riesenvögeln, gleich hockten sie da, niemand wagte sie vorzutreiben. Die Archäologen gruben die drei anderen Seiten des Kubus aus und gerieten immer tiefer die schwarzen Sufi, wie sie genannt wurden, weit über ihnen unbeweglich, auch wenn der Wind über sie strich, sie mit Sand überhäufen, frühten sie sich nicht nur einmal jede Woche von einem riesigen Neger besucht, der auf einem Esel zu ihnen geritten kam, in ihrem Mäuler einen Löffel voll Brei schlug und Wasser über sie goss, von dem es hieß, er sei noch ein Sklave, und als die F sich ihnen näherte, war ein junger Polizeioffizier plötzlich des Französischen mächtig, ihr erklärt hatte, Tinas Leiche sei zwischen den Heiligen gefunden worden, wie er sich respektvoll ausdrückte, niemand müsse sie zwischen diese geworfen haben. Es sei jedoch unmöglich, von ihnen Auskunft zu erhalten, da dieses Schweigen bis zur Rückkehr ihres Mahadi gelobt hätten. Die Unbeweglichen lange betrachten, die vor ihr in langen Reihen kauerten, eins mit den schwarzen Quadern des Kubus, ein Gewächs an einer seiner Flanken, Mumiengleich, lange, weiße, strähnige, sandverkrustete Bärte, die Augen unsichtbar in tiefen Höhlen, dicht mit Fliegenbedeck, die überall auf ihnen herumkrochen, die Hände ineinander gekrallt mit langen Fingernägeln, die ihre Handteller durchbohrten. Nun ein von ihnen vorsichtig berührte, um vielleicht doch eine Auskunft zu erlangen, fiel dieser um, er war eine Leiche, auch der nächste hinter ihr. So hatten die Kameras, erst beim dritten hatte sie den Eindruck, er sei noch am Leben, doch gab sie auf. Nur der Kameramann schritt die Reihe ab, sein Apparat an sein Auge gepresst. Als sie in Vorfall den Polizeioffizier meldete, der bei seinem Wagen geblieben war, meinte dieser, die Schakale würden den Rest besorgen. Auch die Leiche Tina sei zerrissen, aufgefunden worden, und in diesem Augenblick setzte die Dämmerung ein. Die Sonne musste hinter der Mulde untergegangen sein, und der F schien es, die Nacht falle sie an, wie ein gnädiger Feind, der schnell tötet.